Alle! Hm? Alle! Alle! Zuhören! Ihr glaubt nicht, was ich vorhin gehört habe. Die PETA will uns Zieren schon wieder helfen. Klingt krass. Soll ich das retweaken? Pst, die PETA will die Tierfiguren auf Karussells abschaffen. Boah, kommt mir kein Ohr ab mit der PETA. Was, wieso? Dann sehen uns die Menschen nicht nur als Nutztiere. Jetzt bleibt doch mal da und renn dich immer von den Problemen weg. Tierkarussells abschaffen? Bullshit! Wegen so Arzt oder Aktionen nehmen die Leute Tierschutz nicht mehr ernst. Und warum liegt hier überhaupt Stroh rum? Ich bin ja Veganer. Die wollten doch auch mal, dass Frauen keinen Sex mehr mit Fleischessern haben. Wusstet ihr das? Ja, wegen der Treibhausgase. Treiben? Ich zeig dir Treiben. Ohne Sex würde ich es keine fünf Minuten aushalten. Ey, mach auf! Ey, aufmachen! Ey, hallo! Hallo! Ey, ey! Und Jägermeister sollte Waldmeister heißen, wegen Jagd und so. Ein Waldmeister? Ich bin kein Waldmeister. Verdammt der PETA! Deren Aufwärts am Kreis Keilheit kriegt uns gar nicht! Aua, eine Nadel! Wisst ihr, was wirklich geil ist? Ähhhhh! Also, die PETA ist nicht das, was wir Tiere verdient haben. Darum fordern wir wirksamen Tierschutz. Außerdem endlich funktionierende Router. Trampolinböden in deutschen Wäldern und ... Sex! Hat diese Sendung wirklich so stattgefunden? Oder ist alles völlig frei erfunden? Existiert Christian Ehring wirklich? Oder ist er nur ein Hirngespinst von Friedrich Merz? Die ganze Wahrheit erfahren Sie in der ARD-Mediathek. Das Ergebnis wird Sie verblüffen.